Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet. Ich hatte die Idee zu einer klitzekleinen kurzen Serie zum Thema Eyeliner. Und zwar habe ich eigentlich damit schon vor langer, langer Zeit angefangen, denn ich habe vor einem Jahr oder vielleicht schon ein bisschen länger her sogar zu Gel-Eylinern so etwas gemacht. Nämlich die Vor- und Nachteile beschrieben, die ich darin sehe und auch so eine kleine Applikationsdemo, was mit Pinsel natürlich dann vielleicht durchaus okay war. Und ich dachte, das kann ich durchaus auch für die vielen anderen Eyeliner, die es so gibt, auch machen, weil sie alle ja auch wirklich sehr verschieden sind und man da durchaus auch grobe Unterschiede erkennen kann. Und ich dachte, das kitzle ich heraus und lege dann heute einfach mal mit den Filz-Eylinern los. So, das sind die Filz-Eyliner, die ich habe. Das sind wirklich sehr, sehr viele, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe einige einfach nur behalten zu Recherchezwecken. Regelmäßig im Einsatz sind jetzt nur einige davon, aber darauf werde ich gleich zurückkommen. Was bedeutet Filz-Eyeliner? Also ich weiß nicht, ob das auch wirklich der offizielle Ausdruck ist. Ich habe ihn mir einfach so ausgedacht und es so benannt. Denn auf den Verpackungen steht immer was ganz Eyelineres, ganz anderes. Flirty Eyes Eyeliner Pen, Graffiti Eyeliner Pen, japanische Tusche, Permanent Liquid Eyeliner und so weiter und so weiter. Permanent ist eine Sache, die dort wirklich häufig vorkommt und das kann ich auch wirklich bestätigen. Die halten sehr, sehr lange bis zum Abend auf jeden Fall. Traurigerweise auch länger, aber da komme ich dann erst zu den Nachteilen hin. Denn da bröckelt nichts ab. Denn wir arbeiten hier mit keinerlei Masse, sondern einzig mit einer Flüssigkeit. Wie es auch eben bei Filzstiften ist, ist es eine Filzmine, die gehärtet ist hier oben und dann eben vollgesogen ist mit einer Flüssigkeit, die dann eben durch die Mine appliziert wird. Und das geht total easy. Man fühlt auch, dass es zunächst ein bisschen feucht ist, bis es dann letztendlich antrocknet. Und das kann man dank dieser festen Mine wirklich so präzise machen. Man kann die dünnsten Linien machen und das ist eben der andere Vorteil. Man hat wirklich eine wunderbare Kontrolle über diese Striche. Man kann sie sehr, sehr fein machen. Man kann wirklich auch punktuell arbeiten, wie mit vielen, also wie eher mit wenigen Produkten. Vielleicht noch mit Gel-Eylinen, aber da hängt es auch sehr vom Pinsel ab. Was man auf jeden Fall noch bemerken sollte, ist, dass die Spitze auch irgendwann ein wenig an Druck nachlässt. Also der vordere Teil, ich will das jetzt so ungern an der Fingerspitze, dieser erste Millimeter, irgendwann ist der einfach nicht mehr hart. Ein weiterer ist die brillantste Farben, muss man wirklich sagen. Zum Beispiel die Türkisen, die gibt es auch von sehr, sehr vielen Herstellern. Es gibt ja auch Biyu, die sowas machen. Jetzt habe ich die falsche Farbe gegriffen. Ich wollte eigentlich den hier. Also ihr seht, das ist ein extrem strahlendes, klares Aqua. Und die Grenze zur Haut ist einfach so präzise. Da ist keinerlei Mauscheln, es ist wirklich total clean. Zudem finde ich, dass man keinerlei Druck braucht. Es geht alles wirklich total easy. Man hat immer wirklich den perfekten Farbauftrag ohne Großaufwand. Man muss wirklich nur einmal drüber gehen. Es sei denn, es ist ein bisschen holprig. Ich finde auch grundsätzlich den Auftrag eigentlich sehr einfach. Es ist durchaus schwieriger als vielleicht Gel-Eyeliner für mein Empfinden. Aber wenn man tatsächlich ein Patze hat, finde ich es viel einfacher auszubessern, als vielleicht bei einem Flüssig-Eyeliner. Was mir letztendlich aufgefallen ist, ist, dass die günstigeren Marken viel früher, glaube ich, da waren. Mit dieser Produktsparte in vor allen Dingen vielen bunten Farben. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Denn das bereitet mir andererseits auch Sorgen. Warum sollten die Profis, die Profi-Marken und vor allem die High-End-Marken so etwas nicht herausbringen oder spät? MAC hat, glaube ich, vor zwei Jahren einen herausgebracht. NAS jetzt vor kurzem. Aber bei den anderen Marken Chanel oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, so etwas gibt es dort nicht. Ich erkläre mir das nämlich mit einem Nachteil, den die Produkte haben. Zunächst einmal nämlich, durch diese flüssige Konsistenz läuft das auch gerne mal in die Rillen. Was im Falle von Augen durchaus auch mal Fältchen sein können. Und dadurch, dass die Zielgruppe von eher teureren Marken eher vielleicht Frauen über 30, über 40 sind, die sich das dann auch dank Arbeit leisten können, die vielleicht schon so ein paar Fältchen auf dem Augenlid haben und dass es dann eben dort reinkriecht. Und das würde natürlich für das Image der Marke so lala sein, wenn sie so ein Produkt herausbringen, das so schlechte Resultate eben liefert. Vielleicht ist es einfach wirklich ein Produkt eher für die jüngere Zielgruppe. Vielleicht. Ein weiterer Nachteil, wie ich finde, ist, dass es mir ein bisschen Sorgen bereitet, was mit den Inhaltsstoffen ist. Ich habe die jetzt leider nicht vor Augen, aber dadurch, dass es eben etwas Flüssiges ist, wo etwas verdampft und es dann super lange auf dem Lid belässt, glaube ich nicht, dass es so harmlos ist, wie vielleicht ein Kohl-Kajal oder eben so ein Erdöl-Silikon-Gemisch wie Gel-Eyeliner. Ich weiß es nicht. Das ist zumindest eine intuitive Sache, wo ich sage, bin ich ein bisschen so besorgt drum. Ich würde es auch mir unter keinen Umständen auf die Wasserlinie packen. Es gibt noch einen weiteren Grund, der wirklich sehr besorgniserregend für mich ist. Und das ist dieser Anblick hier. Ups. Ich glaube, wenn ich das aufgemacht hätte, ohne Erbses Video zu kennen, die leider das gleiche Problem mit einem Essence-Eyeliner hatte, aufgemacht und voller Schimmel. Also man sieht es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es leider ein bisschen abgewischt, weil solchen... Es war so ein grüner Pflaumen dran. Man sieht es auch noch hier unten. Wirklich eklig und besorgniserregend. Und insbesondere, weil ich diesen Eyeliner ungefähr ein halbes Jahr habe. Ich habe ihn vor einem halben Jahr von Eiko zugeschickt bekommen und damals dann ein paar Mal benutzt, aber dann nie wieder angerührt und jetzt rausgeholt und er ist verschimmelt. Und die Sache ist, bei Lebensmitteln weiß man ja, wenn Schimmel sichtbar ist, ist es schon zu spät. Das heißt, da irgendwo drin sind diese Sporen schon längst drin. Und im Falle von Augen finde ich das nicht witzig. Das heißt, wenn ein Eyeliner noch super clean ist, zum Beispiel habe ich jetzt vor einem Monat oder so den Türkisen von Eiko zugeschickt bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den benutze, habe ich so einen üblen Beigeschmack. Es kann ein Montagsprodukt sein. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die Produkte gut konserviert sind. Und das ist nämlich auch bei den Inhaltsstoffen. Wenn etwas so wässrig und flüssig ist, dann könnte es durchaus auf Wasserbasis sein und somit dann auch höher konserviert, also intensiver konserviert, sagen wir so. Also mit viel Bäbel drin. Ein anderer Nachteil, um noch dazu zu kommen, ist der Anblick, den man hat, wenn man das Zeug wegwischt. Das geht nämlich fast gar nicht. Gerade bei den türkisen Eyelinern, und das war auch bei dem von Nars so, ich habe extra gefragt, und die haben gesagt, nein, den sieht man auch. Ich habe vorhin schon ein paar Videodrehversuche gewagt und ihr seht, man kriegt das nicht ab. Die türkisen sind die hartnäckigsten. Und wenn ich das am Lid trage, habe ich noch auch zwei Tage danach immer noch so einen leichten Schatten. Die dunklereren sind deutlich besser. Also da geht aber überall, wo ein bisschen blau drin ist, auch diese solche, solche leicht petrolfarbenen. Auch da ist das eher... Ich zeige euch einfach mal die, die ich habe, wie schon eben gezeigt. Die von Aiko haben eine dickere Mine, die aber natürlich auch spitz zuläuft. Die ist ein bisschen länger. Die Walde Lupin ging, ist deutlich billiger. Das ist so ein grauer. Den finde ich auch total schön, weil ich reines Schwarz gar nicht so gerne mag. Die haben auch verschiedene Farben und ich glaube, der kostet so um die 2 Euro. Ich habe dann aber auch noch diese zwei limitierten aus der Mix & Match. Das waren meine ersten. Und die mag ich auch, also beide Farben total gerne. Die haben allerdings eine ganz kleine, feine Spitze. Das ist einmal dieser türkise und einmal so ein leicht petrolfarbener, wie schon gesagt. Die sind limitiert gewesen. Und ich denke, nach diesem Erlebnis werde ich die auch entsorgen, obwohl sie noch in Ordnung scheinen. Denn 9 Monate ist angegeben, aber ich habe sie schon deutlich länger. Dann habe ich noch als Schwarzen den CK. Die gibt es ja nicht mehr. Die gab es dann ja irgendwann reduziert. Das ist der einzige Schwarze, den ich auch regelmäßig benutze, nämlich hier außen nur. Ganz dicht am Wimpernkranz, um sie ein bisschen zu verdichten. Also weniger so als Eyeliner. Dann habe ich noch den von MAC. Aber echt total enttäuschend. Guck mal. Der will gar nicht mehr. Also ich habe davon auch gelesen, dass der nicht so knorke sein soll. Der hat genau die Spitze wie die P2, also ganz fein und kurz. Mein neuster ist der von Manhattan, die japanische Tusche. Davon habe ich auch sehr viel Positives. Eins gehört. Dachte aber, den gäbe es nur in Schwarz. Aber es gibt ihn tatsächlich in mehreren Farben. So habe ich ihn jetzt halt von der Firma eben in so einem aschigen Petrolton. Und wie ihr seht, hat er auch so eine lange, eher dickere Spitze. Und ist sonst aber auch sehr fein und dünn. Es gibt ja gelegentlich mal diese limitierten Dicken. Ich stelle mir das nicht allzu handlich vor. Und ich muss für mich auch sagen, dass diese von Aiko, die sind ja schon sehr dick, kann mich nicht so gut mit klar, wie gerade mit dieser Medium-Spitze, würde ich sagen. Ansonsten habe ich noch, ich bin mir, die habe ich einfach mal irgendwann ertauscht mit irgendwem, habe es aber nie benutzt, von Glamour Liner. Und die gibt es auch in ganz vielen Farben. Ich glaube bei Müller. Also das sind dann auch wirklich super bunte. Der hat auch, der sieht genauso aus wie der von Manhattan. So was gibt es glaube ich auch noch von Viu, in vielen bunten Farben. Dazu habe ich vor auch ungefähr einem Jahr einen Blogbeitrag verpasst, den werde ich euch noch verlinken. Von Essence und Catrice habe ich nur Schlechtes gehört, aber ich glaube, den gibt es auch nur in Schwarz, daher ist das nicht so interessant für mich. Und last but not least Art Deco, allerdings ist das eine Besonderheit, denn der heißt nur Body Painter. Hier steht explizit, nicht auf Lippen- und Augenkonturen auftragen. Und ich erkläre mir das damit, mit diesem Verfärben. Dass die dann einfach keine Klagen vom Kunden wollen, dass sie bunt sind. Denn es kommt mir so vor, als sei das trotzdem das gleiche Produkt wie die anderen. Dennoch würde ich mich daran halten. Also wer weiß, was damit ist. Ich habe es nicht auf dem Auge aufgetragen. Ja, das ist so meine Sammlung, meine Eindrücke zu diesem Produkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Eindrücke unten in die Comments schreibt. Solltet ihr die häufig benutzen oder vielleicht einmal aufgehört haben zu verwenden, wo ihr die Vor- und Nachteile seht. Und vielleicht, wenn ihr auch solche tragischen Geschichten habt, dann auch nur her damit. Also ich persönlich benutze sie wirklich sehr, sehr selten, sodass ich auch nicht viel Geld dafür ausgeben wollen würde. Aber ich denke, mit Rival de Loup und Manhattan bin ich eigentlich sehr gut bedient. Einfach, weil sie nicht schwarze Farben haben und ein paar Euros kosten. Und wie wir anhand des Macs gesehen haben, ist ein guter Preis noch lange nicht eine Garantie für das perfekte Produkt. Was ich aber noch anmerken möchte, ist, dass einzig Ico, Mac und CK ohne Rubelei, ohne viel Aufwand abschminkbar waren. Die anderen musste man wirklich schon so richtig, um die Farbe abzubekommen. Da ging das wirklich super. So viel von mir. Ich hoffe, das war trotzdem ein klein wenig informativ für euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.